Willkommen zurück zu Castlevania Harmony of Dissonance. Au. Erstmal da unten gucken. Stimmt, da war der Boss. Die mir dann zukunfts-Doppelsprung ermöglicht hat. Also erlaubt hat. Gibt es hier wieder einen Boss? Das wäre das schön. Ja! Oh, nee. Au. Noch eine Legion. Aber eine etwas Andauer. Der Tod- und der Herr Siegel. Der Tod der Erweiler. Der Tod der Erweiler. Der Tod der Erweiler. Aber mal kurz heilen So Und level up! War jetzt auch nicht so schwer. Nur der Fluch, das war fies. Sooo... Cypher's Charm. Was ist denn das? Ah, cool. Das sieht so cool aus hier. Schneller MP-Renikineria, das ist wunderbar. Au! Ach so, erstmal da hingucken. Sooo... Sooo... Ordentlich besiegt. Das erklärt dann auch warum der Tisch da steht. Sooo... Noch eine Hind-Card. Welchen Tipp kriegen wir denn diesmal? They see that the Black Swore has the power to summon monsters. Wow! So, Waring sorgt wahrscheinlich dafür, dass es ab und zu mal was Schönes getroppt wird. So, wirst du noch auf. So, dann können wir noch mehr. So, dass du dich nicht so schnell hast. So, es geht schon weiter. So, wir haben ja nicht so schnell gesehen. Gibt es nicht so schwer. So, das geht schon wieder. Oh man, so viele Kisten... Wo muss ich eigentlich hin? Da muss ich hin... Oh man... ...Masch on... Okay, so geht's nicht. Also es sieht hübsch aus, kann man nicht sagen. Hä? Das habe ich aber wirklich nicht nach oben gedrückt. Eigentlich fehlt nur eine Kiste. Was passiert, wenn ich die hier einfach runterfallen lasse. Nix. Schade. Ich mache es trotzdem mal. Nee, dann geht's nicht weiter. Schade. Oh man, so dumm kann ich doch gar nicht sein, dass wir das... Was? Den müssen wir nicht einfallen. Schade. Schade. Ich bin echt zu dumm gerade. Auf die Lösung zu kommen. Ich bin echt zu dumm gerade. Schade. Also ich kann hübsche Türchen bauen, das geht, aber sonst... Wenn ich mich nicht zu tun habe. Genau, reg dich mal richtig auf. Genau, reg dich mal richtig auf. Ich glaube, das war zu weit. Sooo, jetzt haben wir's... doch nicht! Verdammt! Fast richtig! Fast richtig! So, jetzt aber. Für irgendwas muss dieser Gang ja gut sein. So, das Flutgatter können wir dann öffnen, wo auch immer das ist, ich weiß es nicht. So, ein Bereich, den ich noch gar nicht kenne. So, sehr nett. Das wird sie dann nicht noch mal machen muss. So, da geht's nicht lang. So, da ist es geschlossen. Ah, toll. Voll sinnlos, ey. So. 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 Da. Wow, Fronzeboost! Naja, Speicher und von mir aus... Au! Moment, ich muss da halten. Aber muss ich dann alle Rätsel nochmal machen? Ach nee! Das wäre erschrecklich. Das war's, wenn du mit der Arbeit. Oh Mann. Wann lassen sich das? Das ist ein Wunsch. Der Mann hat den tiefen Sten, sowas auf uns zu tun. Wann ist das... ... dabei bist du怎么样. ...und du. Ich bin natürlich nicht richtig... ...und du. ...und du. Wir spierst euch dafür, Knopf. Ich bin kein So, da unten war man, da war man, ist klar, dann schauen wir uns mal hier drüben um. Ach du meine Güte. Hm, keinen Schaden machen, aber selber ganz viel aushalten, das ist ja schlimm. Sooo. Keine Ahnung wo man jetzt am besten anläuft. Oh ja, vielleicht erstmal nach oben. Oh, level up! Oder? Ach ne, wenn ich nach oben gehe, dann komme ich hier wieder raus. Also erstmal noch nicht. Ich hab keine Lust vergiftet zu werden. Hui. Sooo. Boah. Okay. Hier ist noch nicht gut. Kann entweder nicht schwimmen oder das Wasser ist vergiftet. Level 32. Ui. Ach du meine Güte. Die machen sehr viel Auas, die Pixies. Puh. Die machen sehr viel Auas, die Pixies. Die machen sehr viel Auas, die Pixies. Aber wirklich. Sooo. Ah, da war eine Steinmauer. Die kann ich kaputt machen. Oh, da ist ein Helm. Den muss ich mir auch noch holen. Erst den Helm. Ein Full-Helm. Ein Full-Helm. Ein Full-Helm. Oh, ein Portal. Das ist praktisch. Für irgendwas. Bestimmt. Ich will mich hier ja erst mal umschauen und nicht gleich schon wieder weiter. Danke. Oh. Genau. Das ist es. Das ist wirklich nicht so einfach. Oh, das ist ein Fang. Oh, das ist passiert. Oh, das ist ein Fang. So... Okay... Oh, beide Richtungen haben wir's, na dann. Geh mal erstmal hier lang. Ein Bossraum. Wann hab ich gespeichert? Da hab ich gespeichert. Na, das geht ja. So, auf wen treff ich denn diesmal? Oh. Guardian Armor Level 2? Nein. Der Talos. Der Talos. Bei dem man nicht dahinter geraten sollte. Eindeutig nicht. Verdammt. Das hab ich nicht aufgepasst. Entschuldigung. Tja, so, dann lad ich das mal alles neu. Und muss die Folge beenden. Der ist leider schon wieder soweit. Und ich glaub für den Bus werd ich ein bisschen länger brauchen. Endlich mal eine Herausforderung. Hurra. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal.